Peter Klein ist zutiefst enttäuscht von seiner Ex-Stieftochter Jennifer Frankhauser. Nach der Trennung von Iris Klein veränderte sich das Verhältnis zu seinen Stiefkindern. Peter kennt Jennifer und Daniela Katzenberger seit deren Kindheit und zog sie mit groß. In einem Interview mit Ciao Chris äußert er nun seinen Unmut über Jennifer. Ich bin extrem enttäuscht von Jennifer, gesteht er offen gegenüber dem YouTuber. Während sich Daniela aus dem öffentlichen Streit heraushielt, mischte sich Jennifer aktiv ein. Sie hat wirklich kein gutes Haar an uns gelassen, kritisiert der 57-Jährige im Gespräch. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, fügt er hinzu. Peter wünscht sich, dass Jennifer sich selbst reflektiert. Aber das macht sie nicht, stellt er ernüchtert fest. Trotz allem denkt Peter gerne an die gemeinsame Zeit als Patchwork-Familie zurück. Ab und an vermisse ich die schönen Momente schon, räumt er ein. Vor allem der Kontakt zu Lukas Cordalis fehlt ihm sehr. Das war eher brüderlich, wir waren Kumpels, erzählt Peter wehmütig. Es ist schade, dass es vorbei ist, fügt er hinzu. Über 20 Jahre waren Iris und Peter ein Paar und gingen durch dick und dünn. Als Peter seinen Schwiegersohn im vergangenen Jahr zum Dschungelcamp begleitete, zerbrach die Beziehung. Iris warf ihm vor, eine Affäre mit Yvonne Wölke zu haben. Es folgte ein öffentliches Drama, das immer wieder neu entfacht wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017